Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute soll es um diesen Kopf und um diesen Kopf hier gehen. Die Amphoraköpfe, sehr teure, sehr besondere Köpfe. Ob sie ihren Preis wert sind, das wollen wir in diesem Video klären. So, und dann bauen wir auch einfach nochmal ein Köpfchen im Amphora. Wir schnappen uns den kleinen, weil ich den wie gesagt ein bisschen lieber rauche als den großen, weil er vom Depot her angenehmer ist. Man könnte sich jetzt auch noch einen Funnelstopfen hernehmen. Ich halte da oft auch einfach mit meinem Finger das Loch geradezu, während ich hier den Tabak reingebe. Wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, ist, dass man den hier nicht zu hoch baut. Ansonsten kann der Durchzug sehr, sehr schnell ripped sein. Und das will man natürlich nicht. Wir geben erstmal fluffig unseren Tabak rein. Um das Verteilen kümmern wir uns wie immer dann danach. So, das sollte jetzt auch schon ungefähr reichen an Tabakmenge. Das heißt, wir schnappen uns hier die andere Seite unserer Gabel, beziehungsweise schnappen uns hier unseren Stecher. Und dann können wir das Ganze schön verteilen. Ich werde den relativ fluffig bauen, knapp unter den Rand, wie so oft. Also wenn ich neue Kopfe teste, dann mache ich das am liebsten auf einem Noppenkontakt. Ich sehe zu, dass hier in der Mitte nichts auf dem Funnelloch liegt. Ich sehe zu, dass außen hier nichts zu krass auf dem Rand liegt. Das heißt, sowas hier, oder besonders sowas hier, was hier so rumliegt, das wird in den Kopf geholt. Ich versuche nicht zu sehr anzudrücken, aber ein wenig andrücken, um das Ganze zu verteilen, das muss man dann natürlich schon. Und das macht man dann einfach einmal rundherum. Es ist ein bisschen fummeliger im Amphora als zum Beispiel im Vergleich mit dem Oblaco. Aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Also es ist kein großes Problem. Manchmal hat man, oh, okay, manchmal hat man ein größeres Blatt. Das sollte man normal nicht einfach in den Funnel werfen. Normal sollte man das einfach verteilen und weiter geht's. Der Hookah, den ich hier gerade habe, das ist der neue Mango, der Mango Energy, ist tatsächlich größtenteils, bis auf dieses eine Blatt, das da eben war, sehr, sehr fein geschnitten, was gerade für so einen Kopfbau hier super, super angenehm ist. Und so würde ich das Ganze jetzt auch schon lassen. Also gucken, dass es schön gleichmäßig ist. Gucken, dass hier in der Mitte nichts auf dem Loch liegt. Wir gucken, dass nichts mehr auf dem Rand ist. Dann können wir noch einmal über den Rand drüber gehen mit unserem Finger oder mit einem Zehwag, dass da die Molasse und vielleicht noch kleinere Tabakblättchen weg sind. Aber so kann man das Ganze dann lassen. Und so ist der Kopfbau im Amphora auch schon fertig. So, Kopfbau und ein paar Beauty-Shots von den Amphora-Köpfen habt ihr jetzt gesehen. Diese Köpfe, Leute, kosten zwischen 40 und 60 Euro. Je nachdem, ob ihr einen großen wollt, einen kleinen wollt und wo ihr die kauft. Was macht die Köpfe so teuer? Vor allem erstmal das sehr nice Material und das sehr viel Material benutzt wurde. Die Köpfe wiegen unglaublich viel, so um die 600 bis 800 Gramm. Bei den großen, bei den kleinen kann es auch etwas weniger sein, aber das ist fast doppelt so viel wie ein Oblaco. Das heißt, er ist sehr, sehr massig. Das hat ein paar Vorteile, zu denen wir dann auf jeden Fall gleich noch kommen. Aber sie sind halt nun mal sehr, sehr teuer. Ja, außerdem können von denen angeblich nicht viele produziert werden. Mir wurde gesagt, dass nur ungefähr 200 Stück von denen im Monat überhaupt hergestellt werden können. Wenn man das dann auf ganz Deutschland und vielleicht sogar auf ganz Europa, vielleicht noch Russland verteilt, dann sind 200 Köpfe im Monat echt nicht so viel. Da gehen bei einigen, glaube ich, größere Oblaco-Bestellungen raus. Dann ist halt die Frage, wenn sie so teuer sind und man sie so schwer bekommt, warum sollte man sich einen holen? Oder sollte man sich überhaupt einen holen? Wir waren ja eben schon bei dem Material und das Material ist auf jeden Fall schon mal ein Hauptpunkt, warum ich sagen würde, so ja, die sind extrem geil. Je mehr Masse euer Kopf hat, desto länger dauert es, bis die ganze Masse heiß ist. Aber umso gleichmäßiger wird halt auch die Hitze gehalten. Gleichmäßigeres Hitzehalten bedeutet, dass euer Tabak weniger Schocks bekommt von viel Hitze zu wenig Hitze, sondern es eben sehr gleichmäßig verläuft, was meistens ziemlich gut ist für die Performance von einem Kopf. Es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt auch sehr leichte Köpfe, die trotzdem relativ gut funktionieren. Die funktionieren aber eher mit direkter Hitze und die Köpfe funktionieren mit beiden. Natürlich ist es hauptsächlich immer noch die direkte Hitze, die von der Kohle kommt, aber auch der Kopf an sich hält den Tabak schön warm, was eben viele Vorteile haben kann. Ein Nachteil, der mir aufgefallen ist, beziehungsweise zwei kleine Nachteile. Bei beiden von diesen Köpfen hängt bei mir schon unten eine Kopfdichtung drin, die ich auch kaum noch rausbekomme. Ich könnte natürlich mit einer Zange reingehen und könnte versuchen, das irgendwie rauszufurmeln, aber, just saying, die sind unten deutlich zu breit und deswegen versenkt man da immer eine Kopfdichtung drin. Das kann dazu führen, dass der Kopf sehr, sehr flach auf einem Kohleteller liegt, beziehungsweise auf dem Kopfadapter hängt. Bei manchen Kopfadaptern ist es kein Problem, bei anderen ist es ein größeres Problem. Man könnte sich natürlich Abhilfe schaffen, indem man zwei Kopfdichtungen benutzt oder indem man noch ein bisschen Zeva um die Kopfdichtung wickelt. Dann könnte das auch deutlich besser werden. Das andere Problem, das ich habe, ist genau bei diesem Kopf hier. Bei dem zum Glück nicht. Deswegen rauche ich den auch gerade, weil bei dem das Funnel auch hier in der Mitte schon deutlich höher ist und es sehr, sehr knapp unter der Smokebox ist. Das heißt, der Kopf, da muss man höllig aufpassen, den Kopfbaut perfekt hinzubekommen. Wenn man nur einen Millimeter höher ist, gefühlt, ist der Durchzug bei dem hier schon Ripp. Deswegen benutze ich tatsächlich deutlich lieber den, obwohl der hier von den Hitzeeigenschaften, vom Hitzemanagement her noch besser wäre durch mehr Masse. Abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, das Design, der Colorway und so und wie viel Handarbeit hier eben reinfließt, um die so schön hinzubekommen. Das kostet natürlich Zeit und was Zeit kostet, das kostet auch mehr Geld. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass davon nicht so viele produziert werden können und dass die, die produziert werden können, dann eben noch ein bisschen teurer sind. Wenn jetzt in der Theorie die mehr Masse zu einem besseren Rauchverhalten führt, habe ich das auch beim Rauchen gemerkt. Und ich kann sagen, auf jeden Fall, gerade der kleine Amphora-Kopf ist für mich der mit Abstand angenehmste Kopf für Must-Have ever. Also es ist krank, wie gut Must-Have performt in so einem Kopf, der so unglaublich schön die Hitze halten kann. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Masse und das nice Material dafür sorgt, dass Köpfe wirklich angenehmer und leichter zu rauchen sind. Sogar bei Dark Blend, der in der Regel etwas schwerer zu bauen ist und etwas schwerer zu rauchen ist für die Lunge und Co. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also ich habe Must-Have dann fast nur noch im Amphora-Kopf geraucht, weil es wirklich ein Level-Up war fürs Must-Have-Rauchen. Bei Must-Have muss man natürlich wieder aufpassen. Sehr feiner Schnitt, sehr feuchter Schnitt. Da muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu hoch baut und dann ist der Durchzug wieder rippt. Aber wenn man das dann raus hat vom Kopfbau her, waren die Köpfe sehr, sehr belohnend mit Must-Have im Amphora. Rauchentwicklung. Klar, jeder gute Kopf kriegt eine gute Rauchentwicklung hin. Und auch bei dem Amphora muss ich sagen, habe ich jetzt kein Next-Level-Rauch bekommen. Es ist natürlich ganz logisch, solange ihr einen guten Kopf baut und dem angenehm Hitze gibt, dann kommt da auch angenehm Rauch raus. Just saying, Rauchentwicklung ist natürlich dann kein extremes Level-Up beim Amphora, aber durch die konstant gute Performance fühlt sich das schon sehr, sehr nice an beim Rauchen. Das heißt, die Köpfe kosten viel, die Köpfe gibt es nicht oft. Und ich mag sie trotzdem. Würde ich nochmal 40 oder 60 Euro dafür ausgeben? Ich glaube schon. Aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie der zweite Kopf oder vielleicht auch nicht der dritte Kopf in eurer Sammlung sein soll. Wenn ihr vielleicht schon einen Mason habt oder einen Stoneware oder einen Stone, dann könnte da auch noch einer von den Amphora-Köpfen kommen. Also es sind schon sehr gute Köpfe. Es gibt aber auch Köpfe, die sind vielleicht 3, 4, 5 Prozent schlechter und kosten die Hälfte oder sogar noch weniger. Das heißt, ja, es ist ein verdammt guter Kopf. Ja, ich habe ihn gerne in meiner Sammlung. Ob ihn jeder in seiner Sammlung haben muss? Ich weiß es nicht. Das müsst dann wohl ihr für euch selbst entscheiden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video eine kleine Hilfe dabei sein kann. Es ist halt doch nur mal sehr viel Geld für den Kopf. Und da guckt man sich vielleicht ja davor mal das eine oder andere Video an. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video euch helfen konnte. Falls ihr euch überlegt, den Amphora-Kopf zu kaufen, lasst mir noch sehr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo auf das Video da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.